So. Ne, ich bin fertig, ich bin ready. Alles gut. Ich hab die Steuerung verloren. Ich hab sie wiedergefunden. Ja. Hab sie. Uah. Ja, heute ist Rocket League Tag. Ah. Bist mir jetzt genau ins Büdeleini. Oh, ihr Pschobst. Nehm ich jetzt... Ja, ich nehm auf. Ich muss mich daran noch gewöhnen. Sehr selten, dass das passiert. Ich hab den Tod gemacht, ja jetzt. Bin stolz auf die. Ich hab den Josef, Gott, seine... Seine, sein, sein... Ach, was, was. Sein Buskomm. Kann sein, dass du diesmal einen Controller direkt unter, oder vorm Mikrofon hältst? Nein. Na scheiße. Irgendwas knuspert, oder raschelt bei dir, extrem. Jetzt sind wir noch? Nein. Jetzt? Ja. Ja, das war ein Controller. Weil es wirklich eins zu eins unter dem Mikrofon ist. Aber da ist es grad bequem, also muss es damit leben. Das ist okay, ich kann damit leben. Im Stream hören wir uns ja nicht. Das ist nur Discord. Ach so. Na dann. Der Ficker hat mich gerade totet. Welche Worte ist immer noch kaputt. Ich weiß es nicht, ich hab ein Tor geschossen. Feuchte Seiten, Schatz, feuchte Seiten. Wir haben ein Tor. Wir haben ein Tor. Wir haben ein Tor. Wir haben ein Tor. Feuchte Seiten, Schatz. Das war mein erster Ballkontakt. Hui. Das war vielleicht auch mein Fehler. Ich bin über den Ball gehofft. Das ist ja wurscht. Weißt du, was Kacke ist? Äh, das, was aus deinem Arschloch kommt, wenn du scheißen gehst. Wow. Warum eskadierst du denn gleich so? Du hast mich gefragt, was Kacke ist. Nein, der blöde Typ heißt Killer-Pommes. Und rate mal, auf was ich jetzt Bock hab. Äh, die Partner. Ja. Nein, Ficker. Ich hab einen ganzen Boost wegen dir aufgebraucht. Du hast die kaputt gemacht. Entschuldigung. Ich fühle heute richtig gut, ne? Alles gut. Wenn ich nicht selber die Tore scheeße, dann verhindere ich zumindest, dass du sie hier abwehren kannst. Toll, ne? Das ist nett, wie das kommt, der funktioniert noch. Es wünscht sich nicht jeder so eine supportete Freundin. Ja. Oh ja, okay. Ja, okay, der boost ist auch nicht mehr. Ja, da drüben ist auch keiner mehr. Ja, der hat mich geschubst. Oh, schlaff. Ach, so ist ja keiner. Hui. Huch, der hätte mich jetzt fast geschubst. Wir müssen doch in die Richtung, oder? Ja. Wann wolltest du denn jetzt zurückfahren? Bin ich jetzt zurückfahren? Ja, du hast umgedreht. Bei dir im Ballen lassen, Wut. Du willst mir nie den Ball lassen. Du nimmst mir den immer weg. Ich hab aber auch noch nicht meine Zocker-Position. Ach, reicht. Und mir ist irgendwie kalt. Vorhin waren wir noch warm, aber jetzt ist mir kalt. Ich würde wahrscheinlich eigentlich voll gut spielen, aber du bist einfach noch nie da, um meine Sachen zu verwandeln. Ja, du bist Profi, Schatz. Ja. Ich bin Undercover-Pofi. Ciao, jetzt weiter, um deine Sachen zu verwandeln. Ach, ciao. Jetzt. Jetzt, nachdem ich den Missstand aufgedeckt hab. Ja, jetzt. Ja, dann hab ich irgendwas machen müssen. Ja, ich brauche, wir decken das. Ah, es hing gerade. Warum hab ich da so ein Tempomat-Symbol rechts? Oh, dann hast du Paketverlust. Ich will meine Pakete aber nicht verlieren. Ach, scheiße. Ich hab's nicht so mit Perspektiven. Nein. Oh, ich hab mein Live-Bot noch nicht umgestellt. Das ist keine Let's-Play-Aufnahme. Doch, ist es aber. Das ist kein Live-Let's-Play. Ich wusste, dass ich was vergessen hab. Du bist grad alleine hinten. Ja, ist okay. Ich hab das absolut nicht im Griff. Hab mich schobst. Mach schlauch. Weg. Oh, schön. Das war sogar gewollt. Hast du gut gemacht. Ja. Wir sind echt nicht Kugel in der Runde. Das ist zum Einspülen. Aber ich verstehe, was du meintest mit du spielst Leute Kacke. Ich spiel immer Kacke. Also bei mir gibt's keinen Unterschied. Das ist mein geheimes Sinn in Rocket League. Ich spiel einfach immer scheiße. Kann man nix von mir erwarten. Weg. Das ist ein guter Plan. Ja. Jetzt muss ich kurz den Nightbot ausstellen hier. Ja, aber jo. Hallo. Hi. Warum reagiert denn jetzt mein... Warum reagiert mal der Windows-Taste nicht? Hallo. Weiß nicht. Gibt's bei Rocket League ein randloses Fenster? Äh. Ach so, gespürst. Ja, ich glaub schon. Ah, ohne Rahmen. Na guck mal. Ah. Wie besser. So. Bereit wieder? Nein. Ach so. Ich bin nur... Ich hab's geschafft rauszutämmen. Ich muss den Nightbot noch ausschalten. Äh. Tadimus. Ist eben. So. So. Entschuldigt bitte die fehlerhafte Information in meinem Chat. So. Weiter geht's. Weiter geht's. Jawohl. Weiter geht's. Weiter. Bam. Bam. Ich hab mir heute Morgen so dermaßen den Zeh angehauen, dass er jetzt geschwollen ist. Wieso? Wie? Wie? Wo? Ja, wieso? Weil ich Spaß dran hatte. Und wie an der Tür. Äh. Wo an der Tür? Und wie auch. Wo und wie. Aua. Aua. Der Mack hat mich geschubst. Wer? Mack. Der Mack. Ja. Also ich bin beim rausgehen durch die Tür da. Gib mir den scheiß Schwanz jetzt. Bin ich, wollte ich rausgehen, hab sie aufgezogen und im selben Moment, hab ich meinen Fuß dagegen gehauen. Also ich bin einen Schritt vorgegangen und im selben Moment hab ich die Tür aufmachen und dann kam eins zum anderen und ja. Das ist schwierig alles, das ist schwierig alles, alles schwierig. Oh. Oh, wir haben ihn kaputt gemacht. Ja, und der ist direkt vor uns im Tor, da komm ich niemals drüber. Und dankeschön, Brad, für den Schwanz. Okay. Und dann passiert sowas auch. Ja, das hab ich mich heute Morgen auch gefragt. Weißt du, um halb sieben. Wollah. Um halb sieben, was hast du denn jetzt gemacht, Schatz? Kaka. Ja. Ach, konnte es sei, dass im Discord bei Playstation-Control jetzt als primäre Aufnahmequelle drin ist, also... Ach, das kann sein, dass der sich jetzt gerade umgestellt hat. Da werde ich mich scheiße an. Auf jeden Fall nicht die gewohnte Qualität. Deswegen wäre vielleicht die Tasten ganz so schlimm. Das kann, das kann sein. Schau ich gleich nach dem Spiel. Die vier Minuten musst du noch aufpassen. Ach, aufpassen. Aushalten. Oh, viel Spaß bei Skyrim, Daniel. Sinkristian auch am Wochenende gespielt. Oh, du bist so hoch. Und ich hab auch keinen Bock. Deswegen springst du einfach mit zweimal. Nein, ich wollte eigentlich versuchen zu fliegen, aber dann hab ich gesehen, dass ich keinen Booster hab. Hoppla. Oh, scheiße, ich hab keinen Booster. Alles gut. Falsche Richtung. Doch. Na, richtige Richtung. Ach, scheiße, wir sind ja jetzt orange. Die ständige Farbenwechslerei da. Nein. Ich hab keinen Boost. Nein. Ich hab kein Tor. Ach, scheiße. Ich hab kein Tor. Ach, scheiße. Du bist da. Ich hab kein Tor. Ich hab keine Angst. Du bist da. Ich habe keine Angst. Ich hab keine Angst. scheiß tor sehen du bist du hast du schon öfter angelegt dafür dass ich so scheiße bin sie ist wirst das ist wirst okay jeder ist so man kommt den scheißdreck damit höher fliegen geht bei mir nicht genau die rocke liegt fliegen taste ist kaputt ja ist so hashtag hier ist so das war ein nachträglicher hashtag boah du hast ja gar keine ahnung ich bin heute wieder agro g merke ich natürlich will er jetzt ein tolles tor wieder angucken bongo tab bongo tab m r f h i 3 hat ich hoffe wir zeigen dass ich heute akkutsche sind also nicht noch weiter dankeschön für 22 monate ich hoffe ihr habt ihr gehört gehört ich habe ihn nicht gehört ich habe kein boost her dafür ich habe auch keinen das könnte auch das könnte auch meiner gewesen sein ich habe connection schwierigkeiten ja war das sehr gut muss ich halt mehr auf dem chat gucken was da steht habe ich selber halt die alerts nicht nein du bist du bist so ein arschloch ja genau kommt er dies ich habe den gar nicht gesehen denke wie geht es dir ja 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 ich war doch nur boost holen ja 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 ich ja 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 Halt, ich muss ja... Okay, ich habe gerade ein bisschen gebraucht, um das zu lesen, denke ich. Ich habe mich gefragt, warum du Pipi isst. Dann habe ich gesehen, dass da nicht Pipi steht, sondern nur Pi. Und dann habe ich überlegt, warum du denn jetzt eine Zahl gegessen hast. Dann ist mir eingefallen, dass es einfach ein Pie sein könnte. Wie war er denn? Das sind sehr viele Informationen, die meinen Kopf da auf einmal handeln hat müssen, nur um herauszufinden, was du denn jetzt meinst. Schatz? Ja? Das ist scheiße. Oh ja. Ach so, wo ist denn der Ball? Da ist er. Jetzt hat er die andere Kamera an. Aber Ball finden gerade nicht so einfach. Äh... Eigentor! Ich triff mir ja damals das eigene Tor. Määääh. Komm schon, Chi, das gewinnt ihr noch. Locker. Olle... Nein, ich rechne es jetzt nicht aus, wie oft ein Tor schießen wir sind. Denk ich kann es ausrechnen, dafür, dass er mir gerade komische Zahlen in den Chat geschrieben hat. Boah. Das war jetzt einfach rückwärts. Äh, kannst du im Discord mal schnell schauen, was du eingestellt hast als Mikrofon? Wo ist mein fucking Maus? Äh... Da. Eingabegerät. Nicht Default. Hallo, mein Schatz? Oh. Ist besser? Ja. Okay. Äh... Muss ich auch mal kurz... Ja. Ich hatte jetzt kurzzeitig bedenken, dass es... Im Streamer? Ja. Nein. Nein, denke ich. Nein. Nein. So, jetzt gewinnen wir aber. Hast du gehört? Jetzt hier, jetzt hier, die, jo. Hast du mich davor auch verstanden? War nur noch Schrechsel. Nein, 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 nein. Jawoll! Easy. Es war sogar theoretisch so geplant. Möchte ich anmerken. Es war praktisch so geplant, Schatz. Es war praktisch so geplant. Nee, es war wirklich Theorie. Kaum. Schatz, es verkackt nicht. Ich hole mir bloß wieder Pust. Go, 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 go. Ich bin geflogen! Und ich habe sogar beim Fliegen getroffen. Ist das nicht funktioniert? Ja. Es war ein kurzes Hoch. Das war der schönste Moment an diesem Tag. Und ich bin vorbei. Aber ich wollte nur antäuschen. Ich wollte nur antäuschen. Wahrscheinlich sind wir jetzt vom Skill so weit wieder runtergestuft worden, dass wir jetzt wieder die, die einfachen Leute kriegen. Das ist sogar sehr wahrscheinlich dadurch, dass die Season erst angefangen hat. Oh nein, jetzt habe ich einen Backflip gemacht. Scheiße. Wollte ich nicht. Ich wollte fliegen. Nein. Oh Gott, ich bin so dumm. Und der war schön, mein Schatz. Dankeschön. Bade schön. Aber nicht so schön wie du. Aber du bist noch viel schöner. Nein. Äh, doch. Du bist der Schöneste. Du bist doch ein schönerererererererer. Oh, lol. Oh, wow. Damit habe ich nicht gerechnet. Also sind Leute, die Dutzern heute wirklich bescheiden. Sind wahrscheinlich mein Level. Nehmt euch nicht immer. Ach, ja, Backflip. Backflip! Ja, scheiße. Ich habe mal ein Boot gemacht. Das ist gut. Also, in Rocket League. Nicht im echten Leben. Schatz, in echt machen wir das bitte nicht. Ich habe ein Boot gemacht. Oh, Schatz. Die gehen doch sonst gleich. Nee, ich war zu schnell und zu tief. Ja, kenne ich normal nur von dir. Ich zufärbst ab, Schatz. Oh. Ja, ja. Das war vorhersehbar. Der ist böse auf mir, wenn ich jetzt zweimal tot gemacht habe. Aber jetzt bin ich böse auf ihm. Schatz. Ne Toten. Ich habe einfach Spaß gemacht. Pjuu. Oh, Scheiße. Dieses blöde Zeitenwechsel-Kack-Ding. Huch. Kommt der denn jetzt hier? Kommt der einfach meinen Metron-Beutel. Ich habe den gerade voll gesaved vor dem anderen. Mit dem ich ausnahmsweise mal richtig doppelt hochgesprungen bin. Oh. Ich denke mal, dass ich voll hoch fliege. Dann bin ich so ein Zentimeter über dem Boden. Geh weg. Schatz, Ball kommt. Nein. Ja, schatz. Du Schwanz. Ja, Schatz. Ich hätte dich gebraucht. Samara. Ich hoffe, ich sehe ihn. Ich wollte nur drucken. Ja, ja. Natürlich. Geh weg den scheiß Schwanz jetzt. Oh, danke. Danke. Für den Schwanz. Langsam. Dankeschön. Du hast mich gegen den Ball geschubst. Hoppala. Warum falle ich denn immer so unnötig? Ich bin ja noch zu dumm zu driften. Ich fang an, meine Lehre, äh, meine, meine Lehre zu skillen. Meine Skills zu verlernen. Ich freue mich, meine Skills. Ja, ich kann driften. Ja, Bullmaus. Ich war einfach nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich habe keinen Boost. Alles gut, alles gut. Aua! Ja, aber den anderen. Du hast den Falschen getotet. Ach, scheiße. Du hast den Falschen getotet. Du hast den Falschen getotet. Ich war gerade Brain-Alfka. Ich habe gerade für mich überrissen, was unser Tor ist. Mann. Ich liebe es, wenn dies passiert. Oh, hallo, Ball. Oh, ja, das war daneben. Schad! Okay, ihr hört jetzt auf, dass sie den Ohren einfach nur tot machen will. Ich spiele wieder. Hast du mich gerade den Scheiß alleine spielen lassen? Na? Du siehst doch, was da passiert. Okay. Mann, ich... Du kannst mich doch einfach nicht alleine lassen. Ich brauch doch meinen... Jetzt fuhre ich nur beim Kick-Off. Ich kann nicht so schnell zurück, Schatz. Ich kann mich nicht teleportieren in dem Spiel. Doch. Die können jetzt nicht gewinnen. Oh nein. Oh nein, nicht ehrlich. Und ich bin mit denen auch nicht in die Verlängerung. Oh, scheiße. Du hast jetzt in Sekunden vor Verlängerung gesagt. Das ist jetzt... Das ist für jeden Fall. Wenn mir in Verlängerung geht. Ich will gewinnen. Ich hab ihn geschubst. Nur kein... Keinerlei Boost. Ist wirklich so gar nichts. Kannst du irgendwo einholen. Bin... Ich hab absolut keinen Pass. Nein, du bist so ein dummer Sack. Ich hatte dich gerade getotet. Ja. Das ist schlecht. Oh nein. Der ist drin. Mua! Scheiße. 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 Bist du jetzt böse? Ja! Ich hab ihn verloren. Ja! Okay, das ist mit.